Neulich in Aventurien, ein DSA Fan Podcast. Folge 27, Abenteuer vorbereiten. Ja, huu, hier wieder beim Quali und zu einer neuen spannenden Folge Neulich in Aventurien. Wir sind heute wieder zu dritt am Start. Hallo Juli. Halli, hallo. Und hallo Atta. Hallo. Wir quatschen heute über ein interessantes Thema. Das wurde sich gewünscht von der Community. Und zwar wollte jemand wissen, was wir denn zu sagen haben zum Thema Abenteuer vorbereiten. Ich weiß nicht, was der oder die sich davon verspricht, uns auszuquetschen über unsere Erfahrungen mit Abenteuervorbereitung. Ich fürchte, das wird nicht sonderlich gut konstruktiv. Oder vielleicht doch. Man weiß es nicht. Also meine Befürchtung ist, es wird niemandem helfen. Aber wir können ja trotzdem mal drüber reden. Aber es ist ja schon so ein Dauerbrenner, der jeden, also eigentlich jeden, der irgendwas mit Pen & Paper auf YouTube oder Twitch macht, irgendwann erwischt. Die Frage, wie bereitst du eigentlich vor? Also es interessiert die Leute auf jeden Fall. Es geht man nicht immer wieder mit, dass da jemand Videos zu machen mit dem Hinweis, dass das auf Nachfrage passiert. Ja, wir hatten den Mischka auch mal angeschrieben, ob der mal wieder Bock hat, mal wieder mit zu quatschen. Bock hat er, aber hat keine Zeit. Und der hat auch gesagt so, was soll ich denn sagen? Nichts. Ich mach nichts. Das sind die Menschen, die gesegnet sind mit Natur. Ja, so geht es auch. Nee, aber vielleicht nähern wir uns dem Thema mal. Das hat der Atta schön in unserem Chat vorgeschlagen, dass wir uns dem Thema vielleicht mal ein bisschen von einem festen Standpunkt aus nähern. Vielleicht gucken wir mal einfach mal, dass wir die ganze Sache eingrenzen. Weil Abenteuer vorbereiten, da kann man jetzt ja alles und nichts zu sagen. Aber es gibt ja nun vorgefertigte Abenteuer, die man im großen DSA-Universum reichlich findet. Und jetzt ist die Frage, welches von den eine Million Abenteuern soll ich denn jetzt spielleiten für meine Gruppe? Also wie wählt man das denn überhaupt aus, bevor man da war vorbereitet? Muss man erst mal auswählen. Also bei Kaufabenteuern in DSA ist es eigentlich, einfach würde ich jetzt nicht sagen. Es gibt halt, die Palette ist sehr breit, gerade bei Kaufabenteuern in DSA 5. Von wirklich schlecht bis gut gemacht, mit viel Aufwand bis wenig Aufwand an den Spielleiter gedacht. Von daher, es ist schwierig zu sagen, wenn man gar keine kennt. Aber ich glaube, der erste Ansatzpunkt ist schon mal hinten. Gibt es ja eine ganz gute Übersicht, einen kleinen Einblick, wo geht es hin? Und was für eine Art von Abenteuer ist es? Ist es ein Reiseabenteuer? Ist es ein Detektivabenteuer? Ist es ein Verstrickungsplot? Also den Teil kann man hinten sich ja immer schon so ein bisschen in die Richtung angucken. Ob überhaupt die Art von Abenteuer einem was zusagt oder nicht. Lustigerweise lese ich, also ich lese quasi den Klappentext, diesen Rückseitentext. Auf diese Punkteskala, die DSA da immer hat, schaue ich überhaupt nicht drauf. Und auch nicht diese Kurzstichworte. Ich gucke mir das seit Jahren nicht mehr an. Weil ich am Ende die Abenteuer, also nicht nach dem Kriterium, also ich meistens nicht im Kopf habe, ich möchte ein Detektivabenteuer spielen. Und suche dann nach dem Stichwort Detektivabenteuer. Sondern halt gucke, ob mir das Abenteuer gefällt. Und gar nicht darauf achte, was für ein Abenteuertyp das ist. Deswegen, also ich gucke tatsächlich überhaupt nicht mehr auf diese Punkteskalen. Ich gucke auch eigentlich fast nie darauf, was das ist. Ich gucke ab und zu noch drauf, für welchen Erfahrungsgrad das Abenteuer ausgelegt ist. Wobei selbst das eigentlich weitestgehend hinfällig ist, wenn man es meistens recht leicht anpassen kann an die verschiedenen Erfahrungsgrade in der Gruppe. Und auch nicht immer viel aussagt von der Tragweite des Abenteuers. Manche Abenteuer sind eigentlich viel zu niedrig eingestufen. Andere könnte man niedriger einstufen, das würde man nicht verlieren. Aber ich gucke zum Beispiel auf diesen Teil gar nicht mehr drauf. Aber es ist an sich, glaube ich, ein guter Ansatz. Also gerade wenn man noch sehr neu drin ist und noch nicht so einschätzen kann, was einem gefällt, kann man da eine bessere Orientierung bekommen. Auch worum geht es deinem Abenteuer und in welche Richtung geht das Abenteuer? Ich habe jetzt hier gerade mal so ein Abenteuer in die Hand genommen, mal geguckt irgendwie. Also es gibt eine, auf der Rückseite gibt es natürlich eine Fluff-Beschreibung, würde ich mal sagen. So eine grobe Übersicht, wie das halt bei Büchern normalerweise auch ist, der Klappentext. Also ich glaube schon, wenn der mich der Klappentext nicht abholt, dann würde ich das Abenteuer auch nicht leiten wollen. So, sagen wir mal so. Dann gibt es da diesen schönen Kasten, der auf der Rückseite dann immer abgebildet ist. Da ist erst mal Genre. Nach dem Genre habe ich, glaube ich, noch nie geguckt. Aber jetzt weiß ich, dass es da steht. Also in dem Fall, ich habe jetzt hier Königin der Tränen hier. Reise, Mystery und Erkundungsabenteuer. Ja, doch, stimmt. Und Mystery weiß ich jetzt, also im weitesten Sinne. Also ich verstehe was anderes unter Mystery-Abenteuer. Aber hier haben wir schon das Problem, die Autoren schätzen ihre eigenen Abenteuer mit Stichpunkten manchmal anders ein, als man selber. Also da sollte man sich nicht hundertprozentig drauf verlassen. Aber Reise- und Erkundungsabenteuer, das ist auf jeden Fall das Statt, glaube ich. So, Voraussetzung, Heldenmut, positive Einstellung zum Kalifat, Offenheit für den Rastuller-Glauben. Ja, das stimmt auch alles, ja. Also da grenzt es schon mal ein, irgendwie, was du für Helden am Spieltisch hast, ne. Das ist irgendwie noch eine sehr nützliche Info, finde ich. Weil, was brauche ich denn hier? Nur Preios-Geweite, da komme ich in dem Abenteuer hier wohl nicht weiß. Ort, Wüste-Kom und angrenzende Bereiche. Ja, passt auch. Angrenzende Bereiche ist, glaube ich, in dem Abenteuer, ja, glaube ich, der Abend. Eigentlich nicht relevant, weil wirkst ja nicht nur in der Kom. Oder im Kalifat zumindest. Ja, ja, also wenn, dann ist das so gestreift. Zeit, Effe, also auf Zeit habe ich auch noch nie geguckt. Ich vertue mich auch ständig in meinen eigenen Runden. Ich komme hier immer mit Zeit total durcheinander. Ich weiß, dass zum Beispiel Katze Jamera, wer die noch kennt, von Katze und Wolf vom YouTube-Kanal, die ist jemand, der total darauf achtet, irgendwie auf so Zeit abfolgen und sowas. Und ich komme da immer durcheinander und ich weiß ich nicht. Also ich müsste mir eigentlich mal einen Kalender hier hinlegen und mal Tage abhaken und so ein Zeug. Das Problem ist auch, dass Zeit, also bei vielen Abenteuern haben eine Zeit da stehen, aber die ist eigentlich nicht notwendig, weil im Abenteuer selbst steht, das wäre auch verlegbar und so weiter. Und wenn man sich an diese Zeiteisern hält, schränkt man sich an der Ausfall seiner Abenteuer massiv ein. Weil man ja mal gucken muss, so wie weit kommen die Charaktere, wie lange brauchen die von A nach B und dann möchte ich ein neues Abenteuer in der Gegend spielen, dann finde ich nur Abenteuer, die davor spielen oder die mir nicht gefallen. Also ich spiele jetzt mit einer Runde geplant mit mehreren Abenteuern hintereinander im Horas-Reich und davon spiele ich ein einziges Abenteuer zu dem Zeitpunkt, wo es stattfinden soll. Und alle anderen habe ich einfach verlegt, sodass es zeitlich einen schönen Verlauf gibt und in sich eine stimmige Zeitachse hat, aber unabhängig von den Zeiten, die auf den Abenteuern draußen stehen. Gut, das sind aber auch Punkte, die man durchaus, finde ich, ändern kann. Hier, was du jetzt gerade hast, also ich glaube, es ist in jedem Abenteuer eine Zeit angegeben, aber das ist jetzt natürlich auch ein bisschen das Spezielleres für die SA5, das sind die Regionalabenteuer. Regionalabenteuer sind ohnehin, finde ich, so eine eigene Sparte. Wobei es die immer schon gab. Also DSA4 hatte man eine Regionalanthologie zu jeder RSH, also das hat DSAs tatsächlich traditionell gemacht, aber ja, die haben natürlich einen engeren Bezug. Und gerade jetzt König der Trainer ist ja so ein Beispiel, das kam in der Orkenspalte-Rezension dazu vor, wenn man sieht, dass die lebende Geschichte auf 4 steht, sollte man sich darauf einstellen, dass es eher ein gespielter Roman ist mit einer sehr festen Storyline, weil es eben so eng mit der Geschichte von Aventurien verbunden ist. Da sind wir ja noch gar nicht. Kommen wir gleich vielleicht nochmal drauf. Entschuldigung. Ihr fehlten, also ich würde noch was zur Zeit sagen, was ich da auf jeden Fall von gebrauchen kann, ist die Jahreszahl, glaube ich. Weil da solltet ihr vielleicht schon drauf achten, weil es in der lebendigen Geschichte von Aventurien einen Unterschied macht, wann ich das Abenteuer spiele. Also spiele ich es vor der Baubarat-Krise, während der Baubarat-Krise, kurz danach oder jetzt so um 1045 rum im aktuellen Metaplot. Also das macht einen Unterschied irgendwie, hat jetzt mit DSA 5, 4 oder 3 nichts zu tun, aber es hat was so von der Ausrichtung der Spielwelt zu tun. Also wenn die Leute irgendwie, also wenn das Mittelreich kriegsgebeutelt durch den Orkensturm ist, dann sind die Leute da völlig anders drauf, als wenn das noch nicht eingetroffen ist. Also solche Sachen sind dann schon wichtig von der Jahreszahl her. Ja, so dann Komplexität für Spieler, Mittel und für den Meister hoch. Ich weiß jetzt bei dem Abenteuer echt nicht, warum da hoch für den Meister bei ist. Wahrscheinlich, weil es so ein Greyroaded-Ding ist, keine Ahnung. Aber auch diese Angaben sind immer sehr, sehr schwammig, finde ich. Damit kann ich auch selten irgendwie was mit anfangen. Also da würde ich mich auch nicht abschrecken lassen von irgendwie so einem, wenn da hoch steht und ihr noch keine gute Erfahrung habt. Einfach lesen und dann Erfahrung der Helden kompetent bis meisterlich. Da solltet ihr gucken, wie ihr eure Helden erstellt habt. Das ist auch nützlich. So, jetzt kommen wir zu dem, was Herr Atta gesagt hat. Die Anforderung. Da gibt es dann immer so eine Vier-Sterne-Ranking. Kampftalente Vier, Körpertalente Vier, Gesellschaftstalente Vier, Naturtalente Vier, Lebendige Geschichte Vier. Wobei das nicht immer dieselben Punkte sind, weil die Lebendige Geschichte ist immer dabei bei DSA. Die drei darüber werden auch ausgetauscht. Da kann auch mal Wildnis-Talente stehen oder, ich glaube, Liebesfertigkeiten steht da auch manchmal irgendwas in der Richtung. Das ist nicht einheitlich. Und genau, bei der Lebendigen Geschichte, ich finde, das ist tatsächlich so die Skale, die ich am spannendsten finde. Weil es halt einem sagt, wie eng ist das mit dem Metaplot, also mit dem, was quasi in DSA politisch groß passiert, verknüpft. Wenn es eins ist, dann ist das Abenteuer quasi passiert in seinem kleinen eigenen Kosmos, aber hat keine großen Auswirkungen. Bei drei oder vier hat man halt schon das Gefühl, auch etwas mitzuwirken, was in Aventurien entscheidende Auswirkungen hat. Aber es hat immer die Auswirkung, dass man während des Abenteuers, entweder spielt man nach dem Plan des Abenteuers, dann bleibt man quasi kompatibel mit der offiziellen Geschichte Aventuriens. Oder wenn man sagt, man weicht von dem Abenteuerplot ab und macht Dinge anders, dann kann es ganz schnell passieren, dass man sich vom offiziellen Aventurien lösen muss danach. Und dass man das in Zukunft beachten muss, dass man eventuell wichtige NSCs umgebracht hat oder sie hat sterben lassen oder umgekehrt vielleicht andere Personen an die Macht gekommen sind, irgendwas passiert ist oder nicht passiert ist, was hätte passieren sollen. Das ist gerade bei dem Abenteuer, was ja sehr railroadig und sehr stringent ist und eigentlich recht klar sagt, was passieren muss. Da sind wenige Spielräume, wenn man sich mit dem offiziellen Aventurien auf einer Linie bleiben möchte. Deswegen, das finde ich die interessante Skala immer noch, wie weit man da drauf ist, weil das ein bisschen sagt, wie stark ist man in diesem Abenteuer an bestimmte Dinge gebunden und wie viel frei hat man als Spielleitung. Und umgekehrt, wie viel hat man mit dem großen Ganzen zu tun oder wie sehr passiert das eher in einem kleinen geschlossenen Rahmen. Entsprechend gestaltet sich dann auch der Vorbereitungsaufwand für den Spielleiter. Wenn ich sehr nah am Abenteuer spielen möchte und mich daran halten möchte, muss ich, glaube ich, einfach mehr Dinge beachten und im Kopf haben. Sollte ich sie nicht im Kopf haben, das ist dann, was ich mache, ist eine entsprechende Mindmap, einen entsprechenden Vorbereitungsordner quasi. In dem Fall, wenn ich mir nicht alles merken kann, spiele ich dagegen freier und sage, ja, dann wandle ich das Abenteuer spontan einfach irgendwo anders hin ab, weil es sich gerade so ergibt. Ähm, ja, dann muss man, glaube ich, gar nicht so viel Vorbereitungsaufwand reinstecken, je freier man spielt. Ja, ich würde gerne mal einen Schritt zurück, nämlich zu der Frage der Auswahl, weil ich mache das, also ich schaue auch, wie klappen Texte, wobei ich da, also es ist, ich schaue, wenn ich diesen Text lese, eigentlich nur darauf, ob das grundsätzliche Thema mir gefällt, unabhängig, unabhängig, ob die Details mir gefallen, weil die Details, also es gibt Abenteuer, die klingen auf den ersten Blick sehr meh und sind dann wirklich gute Abenteuer und es gibt Abenteuer, die klingen fantastisch in diesem Text, aber wenn man sie liest, sind da Entscheidungen drin oder es ist sehr, sehr gerailroadet oder irgendwas, was einem nicht gefällt. Was ich tatsächlich viel mache, was vor allem geht, wenn es um Heldenwerke geht oder um Abenteuer, die so zwei, drei Jahre alt sind schon, ich gucke eigentlich immer ins DSA-Forum, was da in diesen Abstimmungs-Thread wie abgestimmt wurde, was die Rezensionen sagen und nicht mal mit dem Kriterium, nur wenn gut abgestimmt wurde, spiele ich das Abenteuer, sondern es geht mir tatsächlich vor allem um die Texte, weil ich finde, dass die sehr schön, also da werden sehr oft Probleme aufgeworfen und dann kann ich abwägen, sehe ich das als Problem oder sehe ich das nicht als Problem. Also ich habe Abenteuer gespielt, die ich wirklich gut fand, die da eher mittelmäßig bewertet wurden und umgekehrt. Abenteuer, die sehr positiv bewertet wurden, ich absolut grauenhaft fand, weil es sehr mit dem eigenen Stil zu tun hat. Aber diese Texte geben einem Aufschluss darüber, was sind, also gerade wenn man ein bisschen mehr Erfahrung hat, wenn man schon weiß, was man mag, was man nicht mag, was man kann und was man nicht kann, wo Probleme sind und man hat auch beim Lesen gleichzeitig schon im Hinterkopf, welche Stellen möglicherweise Probleme ergeben können, über die man beim Lesen des Abenteuers einfach wegliest, weil sie im Abenteuer total logisch und stringent klingen. Aber wenn die SpielerInnen kommen, die sich meistens nicht an diese Logik halten, weil die halt von außen kommen, ohne dass es logisch nacheinander aufgebaut ist und der nächste Schritt im Abenteuer einfach vorbestimmt wird. Ich schaue sehr gerne in das Forum rein, aber man muss es auch immer mit Vorsicht genießen, weil da, also ab und zu Leute sind, die sehr toxisch sind in ihren Rezensionen und weil es natürlich sehr unterschiedliche Meinungen aufeinandertreffen. Also ich würde da nicht einfach was drauf geben, wie auch die Punktevergabe ist, weil die Stimmenvergabe ist sehr unterschiedlich und manchmal sind zum Beispiel Abenteuer schlecht abgestimmt, weil die Erwartungshaltung nicht erfüllt wurde. Also ich weiß, Banale Treue ist, glaube ich, sehr durchwachsen abgestimmt, weil viele gesagt haben, die Erwartungshaltung dieses Abenteuers nach dem Ankündigung war was ganz anderes, als was rausgekommen ist. Aber was rausgekommen ist, eigentlich ein solides Abenteuer. Es erfüllt bloß nicht das, was Ulysses angekündigt hat. Und deswegen sind die Bewertungen relativ durchwachsen. Ich habe nur, bevor wir jetzt weiterreden, es fehlt noch eine Information, die hier auch auf der Rückseite steht, nämlich was ihr zum Spielen benötigt. Das ist auch eine wichtige Information. Also das Grundregelwerk, Abenteuerische Albernach und die Spielhilfe, das Wüstenreich und alle anderen Informationen, die in diesen drei Büchern nicht drin sind, sind angeblich nicht nötig, weil sonst alles in dem Band enthalten ist. Weiß ich jetzt nicht. Müsst ihr dann mal schauen. Also ich wage mal zu behaupten, dass wenn ihr einen Magier in der Gruppe habt, ihr auf jeden Fall auch noch mal aventurische Magie braucht. Sieht sich ausschließlich auf das Abenteuer und nicht auf eure Charaktere. Aber ich glaube ehrlich gesagt, dass die meisten DSA-Runden auch zumindest mit dem Basisset, der aventurische X, also Kompendium, Magie und Götterwirken spielen, insofern sie halt Charaktere haben, die darauf angewiesen sind. Aber ja, das ist wahrscheinlich auch ein Blick wert, was man braucht. Wobei ja ursprünglich der Ansatz war, dass es ursprünglich hieß, man würde nur, es soll immer sein, dass man nur das Grundregelwerk braucht und alle Abenteuerische Grundregelwerks spielbar wären. Und Albernach. Aber der ist ja eigentlich ein reiner Fluffband. Also theoretisch kann man auch alles ohne den spielen. Man weiß bloß eventuell nicht, was der Kontext ist. Ja gut, aber das ist natürlich auch spielerabhängiges Wissen. Wenn ich eben ein Geweihten ins Feld werfe, der in dem Abenteuer so, ja, also Charaktere werden ja in Abenteuern ja nicht vorgegeben. Das heißt, wenn ich als Spieler mit einem Geweihten ums Eck komme, bin ich als Spieler dafür verantwortlich, gegebenenfalls dieses Wissen und das um den Geweihten mitzubringen. Und ich glaube, egal welchen Charakter man spielt, man ist immer angewiesen, alles das, was der Charakter kann, selbst mitzubringen. Es sei denn, man spielt jetzt wirklich eine komplette Einsteigerrunde und alle MitspielerInnen am Tisch sind unerfahren, nur der Spielleiter ist erfahren und will einem das beibringen, dann ist es eine andere Situation. Aber wenn wir so auf Augenhöhe spielen und alle irgendwie so gleichen Level haben, dann solltet ihr als SpielerInnen irgendwie auch schauen, dass ihr wisst, was euer Charakter drauf hat und was nicht. Und da streiten sich die Geister, ob das Aufgabe des Spielleiters ist oder der Spielleiterin. Aber ich würde sagen, das ist in der ersten Instanz Aufgabe der SpielleInnen und danach erst die des Spielleiters oder der Spielleiterin. Es gibt ja auch mittlerweile etwas andere Abenteuer, die sind bewusst für Einsteigerrunden gemacht, wo dann eben auch passend schon Charaktere, vorgefertigte Charaktere existieren, wo man als Runde sagen kann, gut, ich habe hier die Charaktere, ich habe hier das ganze Wissen zu dem Abenteuer. Und wenn man dann eben keine Exoten oder andere Charaktere sich erstellt, kann man damit einfach gut einsteigen, weil die Regeln entsprechend auch runterreduziert sind. Also da ist kein großer Anspruch an spezielles Wissen aus Compendium 2 oder Ähnliches benötigt. Und auch der Kampf ist dann entsprechend wahrscheinlich nicht so komplex gestaltet und das Abenteuer an sich nicht, sondern konzentriert sich auf einfach das Basisspiel. Okay, jetzt machen wir mal einen theoretischen Fall auf, Juli. Also du hast jetzt Königin der Tränen ausgesucht. Du hast das, Klappentext war super, hast du gesagt. Alles das, was hier so in dem Kasten angegeben sind, das sagt dir alles zu, passt schon. Deine SpielerInnen haben da Bock drauf und so hast du gefragt. Dann hast du dir angefangen, das Ding durchzulesen. Dann hast du gesagt, boah, cool, die Story ist voll im Geist und alles gut aufbereitet. Ich muss kaum was machen vielleicht, weil man weiß nicht. So, und jetzt? Also jetzt haben wir entschieden, wir spielen Königin der Tränen. Wir spielen dieses Kaufabenteuer. Und dann? Ja, und dann. Also ich bin tatsächlich jemand, der, glaube ich, ein bisschen aufwendiger, gerade Kaufabenteuer aufbereitet für mich, wenn ich sie spielleiten will. Weil ich immer noch, obwohl ich das Wissen habe, dass ich mir zehn Optionen überlegen kann, wie die Spieler handeln, könnten sie die Elfte nehmen. Dennoch brauche ich für mich einfach im Hinterkopf diese zehn Optionen oder mögliche Szenen. Beziehungsweise das war der Anfang, wie ich es aufbereitet habe. Aber ich bin ein bisschen davon abgewichen. Also ich lese mir erst mal das Abenteuer durch. Einmal komplett wie ein Roman, sage ich mal. Ja, da erfährt man schon einiges. Da bekommt man schon ein ganz gutes Gefühl für. Manches behält man, manches behält man nicht. Dann weiß man vielleicht schon nach dem ersten Durchlesen, wo sind Verbindungen, die ich nicht so begriffen habe. Wo sind vielleicht unlogische Stellen für mich? Wo sind vielleicht Schlüsselpunkte, wo die Gruppe einfach mal ganz anders entscheiden könnte? Das sind so Momente, die ich mir überlege. Was ich immer sehr wertvoll finde, ist mir eine Mindmap oder eine Übersichtsliste mit wichtigen Charakteren zurechtzulegen. Zu jedem NPC stelle ich mir dann auch ein Bild mit kurzen Merkmalen vor. Also zum Beispiel, weiß das ich, NPC XY A. Der hat einen Bart, eine tiefe Stimme und humpelt. Also wirklich nur so grobe Stichpunkte, damit ich für mich in dem Spiel relativ konsistent diese verschiedenen NPCs spielen kann und sie eben durch das Abenteuer auch ihre markanten Stellen habe. Wenn ich einen Charakter spiele, dann habe ich diesen Charakter im Kopf. Als Spielleiter muss ich gleich fünf oder sechs oder zehn Charaktere haben. Und wichtige Persönlichkeiten, die notiere ich mir eben ein bisschen aufwendiger, um sie halt stets immer parat zu haben und entsprechend auch den Spielern am Tisch rüberzubringen. Ja, das wäre der Teil der NPCs. Und dann, für mich bereite ich das Abenteuer tatsächlich, wenn es ein Kaufabenteuer ist, wenn es eine Plothandlung hat, an die ich mich halten muss, wichtige Schlüsselstellen, wichtige Momente, die gegebenenfalls eben gerailroadet werden müssen, die über Storytelling passieren. oder eben andere Szenen, wo dann Charaktere frei spielen können. Und da würde ich mir dann auch wie so eine Map aufschreiben, in welche Richtung es sich entwickeln könnte. Also zum Beispiel Entscheidung A, B, C und dann könnte es da und dahin gehen. Also ich schreibe dieses Abenteuer für mich ein bisschen anders um, damit ich jederzeit Zugriff auf meine Notizen habe, ohne, ja, jetzt, oh, hier sind wir im Abenteuer auf Seite 5, jetzt müsste ich wahrscheinlich irgendwo, habe ich das mal auf Seite 8 oder 10 gelesen, durchblättern. Ich bin auch, Schande auf mein Haupt, jemand, der gerne auch Marker benutzt. Ja, auch in einem Abenteuer. Ich weiß, dass ich diese Abenteuer nicht mehr weiterverkaufen werde. Also verbleiben sie in meinem Besitz und sie werden angemarkert. Ich habe sogar Abstand davon genommen, jetzt mittlerweile Notizen dran zu schreiben. Und Gott sei Dank gibt es auch PDFs, da hat man wunderbar die Suchfunktion, die sollte man, oder die nutze ich dann entsprechend auch. Aber es gibt, also wenn ich manchmal computerlos Abenteuer aufbereite, dann liebe ich es, mit meinen Stiften wortwörtlich Pen and Paper zu benutzen und das per Handschrift mir aufzuschreiben und dann das Aufgeschriebene sogar anzumarkern. Oder ansonsten am Computer geht es natürlich wesentlich schneller und einfacher. Aber manchmal liebe ich es wirklich oldschool, noch so ein bisschen handschriftlich zu schreiben. Aber ich mache mir viele Notizen, die ich modular benutzen kann. Sodass ich, sagen wir mal, ein, weiß ich, 60 Seitenabenteuer, ich weiß nicht, wie viele Seiten hat das? 48. Erstabenteuer hat 48. Je nachdem, wie gut ich es mir gemerkt habe. Also es gibt Sachen, die ich mir gut merken kann, die brauche ich mir dann nicht notieren, die weiß ich dann noch beim Spielen. Und dann gibt es Sachen, die ich vielleicht nicht ganz so gut merken kann, dass ich es eben so tabellarisch auf, ich weiß nicht, vier bis zehn Seiten runter reduziere. Das kommt auf die Komplexität des Abenteuers eben drauf an. Also ich fasse mal zusammen, irgendwann nach dem ersten Lesen oder so und nach der Entscheidung, dass du das Abenteuer spielst, schaust du dir die Schlüssel-Szenen an und spielst die schon mal so, also so klang das für mich so, spielst die so im Kopf schon mal durch, so imaginäres Rollenspiel und schreibst dir dann auf, was da passieren könnte und so, damit du im Zweifel halt sehr, sehr schnell schon mal mögliche Szenarien hast und dann sehr, sehr schnell dann halt auch mit deinen Skripten arbeiten kannst und nicht ins Stocken gerätst am Tisch oder so in der Erzählweise. Und du schaust dir die markanten Personen an, die vorkommen oder die markanten Ungeheuer oder keine Ahnung, was da vorkommt und schaust dann von da aus, dass du die auch, also habe ich das ein bisschen verstanden, auch so, dass du so Charakterbögen baust, also ist ja auch dieses Hinkebein und so, das ist ja auch eine Art Charakterbogen. Machst du da auch schon Werte dann und so und schreibst du die hin oder? Das kommt drauf an. Im Kaufabenteuer sind ja meistens die Werte schon vorgegeben und wenn man jetzt nicht viel anpassen muss, hat man ja relativ einen guten Zugriff auf die Werte, die man benötigt, die gegebenenfalls vorkommen können. Wenn man jetzt ein Wikipedia-Wissen wie Atte hat, glaube ich, muss man sich gar nicht so furchtbar viele Werte runterschreiben. Hat man es nicht, finde ich, ist es als Anfänger durchaus wertvoll, sich sogar ein Blatt Charakterbögen für die wichtigen Personen zu erstellen. Also ich hatte oftmals die Erfahrung gemacht, dass plötzlich meine Spieler mit den Charakteren, mit denen sie vielleicht nur die Kampfwerte hätte gebrauchen können, plötzlich Interaktionen durchgeführt haben, wo ich dachte, ja, jetzt müssen wir mal hier so andere Werte gegeneinander würfeln und die ich dann nicht zur Verfügung hatte. Da hat man ja entweder vielleicht andere Charaktere oder andere Werte zur Verfügung oder man schätzt es, wenn man so ein bisschen Erfahrung hat, dann einfach so grob ein. Also wenn man einsteigt, ist es, glaube ich, hilfreich, einfach ein paar NPCs, Charaktere als vollwertige Bögen zu haben. Einfach, die man dann pauschal auch auf andere schieben kann. Was mir mehr eigentlich darum geht, ich hauche diesen NPCs so ein bisschen Charakter und Leben in meinem Kopf ein, dass sie eine Vorstellung von mir haben, dass es nicht einfach nur Alrik Sörensen und sonst wer ist und ich mir den Namen kaum merken kann und der hat einfach kein Leben für mich, sondern ist einfach nur ein paar Buchstaben auf dem Blatt Papier, sondern dass er in meinem Kopf vor allem, in meinem Kopf schon immersiv so ein Charakterbild mitbringt und Leben mitbringt, dass ich dann eben darstellen kann. Also dann spielt sich quasi das Abenteuer schon in deinem Kopf ab und dann am Spieltisch wirfst du die Charaktere quasi in die Geschichte, die in deinem Kopf schon existiert, rein. Ja. Und dann deswegen auch diese Mindmap, die du ja angesprochen hast, irgendwie, dass du guckst, wie hängen die Szenen überhaupt zusammen, wie kommt man von A nach B und wie hängen NPC A mit NPC B zusammen und ja, das ist auch sehr süßlich. Also ich finde das sehr hilfreich, ich bin aber auch ein Mensch, der Sachen einfach vergisst und sie dann ganz anders ablaufen und plötzlich nur noch spontan Sachen nachspielt, weil ich ganz gerne auch auf die Spiele eingehe. Und wenn ich dann einfach keinen roten Faden für mich habe, dann landen wir ganz woanders und dann hat das herzlich wenig mehr mit dem Abenteuer zu tun und wir spielen zehn Sessions, alles Mögliche, nur an dem Abenteuer wird es halt nicht weiterkommen. Und das kann einfach längerfristig schon mal frustrierend werden, wenn man plötzlich alles Mögliche macht. Ich meine, wenn die Spieler daran Spaß haben, lässt man sie auch, aber aus Erfahrung weiß ich, möchte man dann doch ein Abenteuer irgendwann mal in absehbarer Zeit abschließen. Und es ist ja ohnehin ein Unterschied, ob ich am Tisch spiele vor Ort oder online spiele, aber von dem, was ich als Spielleiter den Anspruch habe, irgendwann mal dieses Abenteuer abzuschließen, ich für mich persönlich brauche dann so Punkte und einen roten Faden, zu dem ich einfach immer wieder zurückkehre. Ich lasse mich persönlich als Spielleitung sehr schnell in Nebensächlichkeiten verwickeln von meinen Spielern und dann weiche ich davon ab. Bevor ich den Atta jetzt noch eine Frage um die Ohren haue und noch eine kurze Nachfrage an dich. Du sprachst eben davon, wenn man die Charakterwerte nicht irgendwie abwandelt. Wie entscheidest du denn, ob wir Charakterwerte abwandeln und wie funktioniert das? Also das ist eine nicht ganz so einfache Sache in DSA, finde ich. Das hängt immer so ein bisschen von den Charakteren ab, die mitspielen, welche Werte die selbst besitzen und hängt ein bisschen einfach mit der Erfahrung ab. Also wenn man anfängt, dann wird man seine Erfahrung mit der Zeit machen. Dann kommen zwei Charaktere und hauen den Endboss um mit zwei Stichen und dann ist es halt ohne Spannung ein langweiliges Ende gewesen. Das mag für den ersten Moment vielleicht irgendwie befriedigend sein für den einen oder anderen Spieler. Aber wenn jedes Mal meine NPCs sofort umfallen, dann ist es nicht mehr so spannend für die Spieler. Umgekehrt möchte ich es natürlich auch nicht so spannend machen, dass die Spieler einfach nur noch frustrierend sich nur noch im Kampf befinden und überhaupt kein Stück weiter kommen. Entsprechend ist es von Vorteil bei DSA selbst im Spiel die Werte noch ein bisschen flexibel anpassen zu können. Der eine wird es Spielleiterwillkür nennen, ja. Aber ich glaube, wenn man am Anfang das ein bisschen flexibler ist, bekommt man mit der Zeit ein besseres Gefühl dafür, wie stark lasse ich die Gegner auf meine Charaktere zukommen oder schwäche ich sie gegebenenfalls ab. Hängt halt auch ein bisschen von meinen Mitspielern ab. Wenn ich zwei Baden und keine Ahnung, einen Bäcker und wen auch immer noch habe und Alrik, dann wird es vielleicht ein bisschen schwieriger, wenn ich da einen ganz starken Gegner aufkommen lasse, als wenn ich jetzt drei Vollkampfprofessionen ins Abenteuer ziehen lasse. Ja. Wie machst du das denn, Atta, mit dem Anpassen? Also jetzt könnte man ja jetzt sagen, Leute, das ist ein Kaufabenteuer, da sind Werte drin, die sind ja nicht umsonst da drin und wenn ich die jetzt irgendwie anpasse, meine Gruppe, wenn es halt drei Baden-Imker und keine Ahnung, Zarge weiter ist und die halt mit ihrer, mit der Truppe nicht klarkommen, ich habe denen doch vorher gesagt, was wir für ein Abenteuer spielen und hier stehen vier Sterne bei Kampf und die haben alle ihren Kampfskills nicht geskillt. Deren Problem, das gehört doch mit dazu, dass man da auch mal, also die müssen sich als Spieler schon selber Gedanken machen oder nie. Ich finde, du hast den Kernpunkt schon benannt, wenn ich ein Abenteuer mit vier Kampfsternen spielen möchte und meine Gruppe möchte auf gar keinen Fall Kampfcharaktere, sondern Zarge, Weit und Baden spielen, dann spielen wir offensichtlich nicht in dieser Konstellation zusammen. Das würde ich einfach vorwegnehmen, weil wenn man, also das, man muss, das Abenteuer muss zu den Charakteren passen oder umgekehrt die Charaktere zum Abenteuer, je nachdem, was zuerst steht. Wenn man als Spielleitung sagt, ich baue eine Gruppe auf mit der Ansage, wir spielen jetzt Königin der Tränen, nachdem es schon öfter gefallen ist, und dann sagt mir jemand, ich möchte unbedingt meinen Torwaler Piraten spielen, dann muss er mir erklären oder sie mir erklären, wie der Torwaler Pirat in die Kom kommt und ich bin nicht verantwortlich, den Torwaler Piraten in die Kom zu holen. Wenn es umgekehrt ist, die Gruppe steht und jemand sagt mir, hey, ich möchte gerne meinen Torwaler Piraten und meine Piratin spielen und du sagst, ja klar, spiel ihn gerne, zwar gerne, dann wähle ich ein Abenteuer, wo eine Torwaler Pirat in unterkommt. Eben vielleicht nicht gerade Königin der Tränen, sondern etwas an der Westküste Aventurians beispielsweise oder ein Seefahrtsabenteuer oder ich überlege mir, okay, klar, die ist an Land geschwemmt worden, deswegen kann ich auch was irgendwo mitten im Horas Reich spielen oder mitten in Nostria oder derartiges. Zum Stichwort, also was ich glaube, was man bei der S.A. im Hinterkopf behalten muss bei Werten ist, nicht jeder Kampf muss auf Leben und Tod stattfinden, sowohl im Hinblick auf die Feinde können fliehen oder die Gruppe kann aufgeben und wie gehe ich damit um, dass die Gruppe, wenn sie aufgibt, sag ich mal, da rauskommt, aber noch viel wichtiger fast, ich muss immer meinen Hinterkopf behalten, wie geht es weiter. Insbesondere, wenn ich wirklich ein Dungeon-Crawl-Abenteuer habe, darf der erste Encounter nicht lebensbedrohlich sein, weil die Gruppe dann eigentlich eine Woche lang rasten müsste, damit sie den Rest des Dungeons überlebt. Die einzelnen Kämpfe müssen so balanciert sein, dass ich am Finale noch eine Gruppe habe, die ein würdiges Finale bestehen kann. Das kann sein, dass die auf dem Zahnfleisch kriechen, aber dann können die Gegner im Finale halt auch nicht brutal sein. Wenn ich aber möchte, dass es ein epischer Kampf mit allen Mitteln ist, dann dürfen vorher nur relativ leichte, schnelle Kämpfe vorkommen. Oder ich muss die Charaktere irgendwie mit Rastzeit oder wahlweise mit Heil- und Zaubertränken zu ballern, damit die wieder fit ankommen. Ist das nicht die Sache des Kaufabenteuers dann? Ja und nein, da hängt es nämlich ganz viel mit zusammen. Macht die Gruppe das in dem Tempo, wie das Abenteuer das vorsieht. Nehmen die jeden einzelnen Encounter mit, der dem Abenteuer über den Weg laufen kann oder keinen einzigen. Ich glaube, es gibt da Leute, die knallhart sagen, ja, wenn ihr jeden Encounter mitnehmt, dann sind das die Folgen, mit denen ihr leben müsst, dass ihr am Ende ziemlich auf dem Zahnfleisch kriecht und müsst ihr vielleicht klügere Lösungen finden. Ich persönlich verfolge eher den Weg, wenn die Gruppe nicht wirklich fahrlässig oder bewusst riskant handelt, bestrafe ich sie nicht dafür, wenn sie in mehr Kämpfe reinläuft oder es eventuell auch so Entscheidungen sind, wie ich kann kämpfen und das moralisch Richtige tun oder ich kann den Kampf vermeiden und einfach wegschauen und das moralisch Falsch tun. Dafür möchte ich die Gruppe nicht bestraft. Ich möchte, dass alle am Ende ein gutes Erlebnis haben, das Finale auch irgendwo die Epik hat, die es bekommt. Was ich aber zum Stichwort Werte sagen wollte, ist, ich ignoriere eigentlich weitestgehend die Werte. Ich schreibe die mir oft noch auf, aber inzwischen habe ich mir angewohnt, insbesondere für alles, was irgendwo sozial ist oder sowas, alles, wo ich klassische 3W20-Proben werfe, ich schaue nicht, was der Charakter für vorgebende Werte hat, ich schaue nicht oder ich schreibe mir nicht selber Werte zusammen. Ich würde niemals einen Charakterbogen für einen NSC schreiben, weil das viel Papierkram ist und man sich dann nicht mehr zurechtfindet. Meine NSC... Da haben wir einen Unterschied zwischen dir und Juli, ne? Ich definiere, ist er darin gut, mittel oder schlecht und dann würfel ich eine 3W20-Probe und im Endeffekt kann man alles 10 abwärts ist immer erfolgreich, alles 15 aufwärts ist immer, zieht immer Punkte von der Probe ab und dazwischen wird es dann, da muss man eventuell, aber ich schlage das meistens Pi mal Daumen, das ist nicht sauber durchgerechnet, sondern ich gucke auf diese drei Zahlen und habe dann eben so ein, das ist halt viel Erfahrungswissen, viel Übung mit diesen 3W20-Proben, aber wenn ich drauf schaue, habe ich meistens den Eindruck, ist die Probe gut gelungen, ist sie gerade so gelungen und ist sie nicht gelungen und so verhalte ich das Ganze weiter und deswegen NSCs, ich habe auch hier eine Dreiteilung, ich habe ein Dokument oder halt auf dem Tisch ein oder zwei Seiten mit Orten, die wiederkehrend sind, damit ich die Ortsbeschreibung immer wieder finden kann, schnell, ich habe eine Seite mit NSCs, absolut minimalistisch, also maximal zwei Zeilen mit Werten und maximal vier Stichpunkte als Info für mich, damit ich die im Abenteuer schnell lesen kann und sofort wieder weiß, wie der NSC stattfindet und dann passen halt auch sieben, acht, neun NSCs auf eine Seite und ich habe den Plot quasi in Stichpunkten notiert und auch da nach der Qualität, was, also Dinge, die mir absolut klar sind, schreibe ich nicht auf, ich schreibe nur auf, was ich eventuell vergessen könnte oder was sehr wichtig ist im späteren Szenarioverlauf, also Dinge, die man nicht vergessen darf, wenn die Charaktere den McGuffin brauchen und einsammeln müssen, dann muss der McGuffin natürlich auch da sein und dann schreibe ich das auf jeden Fall auf und markiere es am besten eventuell noch fett, aber ich versuche die Notizen, also mein Konzept ist immer so wenig wie irgendwie möglich, weil ich Erfahrung gemacht habe, wenn ich ausführliche Notizen mache, ist das Problem, dass ich im Abenteuer nicht mehr die richtige Stelle finde oder zu viel Zeit mit Lesen verbringe und erst recht was vergesse. Ich versuche das immer mehr runter zu kürzen, das ist aber auch immer so ein bisschen schwankender, also ich habe auch manchmal Abenteuer, wo ich sehr viel Text schreibe und dann merke ich, dass es eigentlich viel zu viel war und versuche das wieder runterzufahren und Sachen einfach wegzulassen, die ich spontan genauso gut regeln kann, gerade sowas wie, wenn im Abenteuer Vorschläge sind, was die Charaktere tun können und welche Proben dafür vielleicht fällig sein können. Das spare ich mir bzw. schreibe mir höchstens noch Stichwort auf, was Optionen sind, die ich ihnen vorschlagen könnte, wenn ich sagen würde, die fallen mir spontan eventuell nicht ein, aber die Proben improvisiere ich an Ort und Stelle und schreibe die mir nicht aus dem Abenteuer ab, weil das schluckt so viel Text und am Ende kann man improvisiert meistens auch passende Anforderungen stellen, wenn man ein bisschen Erfahrung hat. Ich glaube, als Anfänger ist das was anderes, aber das klingt irgendwie ein bisschen abgehoben, aber ich bin dann, ich mache so lange schon Spielleitung, dass ich mich gerade nicht mehr weiß, was für mich als Anfängerin am besten gewesen wäre, weil damals habe ich mir noch Fließtexte geschrieben, das war absolute Katastrophe und hatte irgendwie 20 Seiten Vorbereitung für ein Abenteuer von 40, 50 Seiten. Das war auf jeden Fall keine sinnvolle Variante, aber ich kann halt nicht sagen, wie es gut funktionieren würde an der Stelle, weil ich inzwischen so sicher in den Werten bin, dass ich nicht mehr darüber nachdenken muss, wie schwer ich eine Probe mache oder was für, wie gut ein Wachmann in Menschen kennenlässt ist. Das ist halt ein sehr, sehr guter Hinweis, irgendwie, wenn ihr jetzt hier Tipps oder sowas von uns haben wollt, wie wir halt an die Sache rangehen, müsst ihr immer dabei bedenken, also ich spiele seit Ende der 80er, also Mitte bis Ende der 80er Jahre DSA. Das ist eine lange Zeit, ja. Wenn ihr jetzt gerade anfangt, werdet ihr nie, also ohne jetzt überhilflich zu klingen, aber ihr werdet einfach nicht dasselbe, ihr könnt das nicht so machen wie ich, weil ihr habt die ganze Historie nicht, die ich habe. Ihr müsst euch die selber irgendwie erarbeiten und ehrlich, ich habe mit, also ich war, glaube ich, keine Ahnung, wie alt ich da war, sehr, sehr jung und sehr, sehr unbedarft und DSA ist mit mir aufgewachsen und man verändert sich als Spieler und Spielerinnen über die Jahre und das wird euch auch passieren. Ihr werdet am Anfang anders spielen als in 20 Jahren und von daher muss man irgendwie gucken, dass man seinen eigenen Weg findet. Also man könnte euch natürlich gute Dinge von anderen raten lassen, aber ihr müsst immer schauen, passt das, was dieser 30-Jahre-Spielerfahrung-Mensch da mir gerade rät, passt das für mich als Anfänger? Weil 30 Jahre Spielerfahrung heißt dann auch, dass man nicht mehr genau weiß, was man früher hat oder wenn man, wenn man an sich als Anfänger zurückdenkt, dann denkt man an seinen Teenager selbst und dann ist alles manchmal ein bisschen verklärt. Dinge werden selbstverständlich, weil man sie einfach so oft schon gemacht hat, dass man sie gar nicht mehr erwähnt und gar nicht mehr darüber nachdenkt. Was für mich damit eng zusammenhängt, was ich auch sehr wichtig finde, ist, denkt darüber nach, was ihr auch könnt und was ihr auch gut könnt, weil es gibt das Critical Role-Phänomen ist ja in der Rollenspielszene durchaus, also ist ja rumgegangen und zum Beispiel, wenn man sowas schaut wie Critical Role oder auch andere Formate, die sehr davon leben, dass das Leute sind, die eben ausgebildete Synchronsprecher sind, die sehr viel mit der Sprache, mit der Stimme machen, sehr viel Leben in die Szene und Immersion in die Szene bringen, einfach durch die Art, wie sie reden, haben sich viele als Vorbild genommen und sind an diesem Vorbild gescheitert, weil nicht jeder ist ein Synchronsprecher. Also ich würde auch selber für mich sagen, Stimmen verstellen ist eine absolute Schwäche bei mir. Ich kann nicht NSCs formen, die an der Stimme distinktiv zu unterscheiden sind und darüber nachzudenken, das kann man erst, nachdem man ein paar Mal gespielleitet hat, die Erfahrung muss man erst mal machen, aber was liegt mir, was liegt mir nicht? Ist es für mich leicht, auch komplexe Situationen im Kopf zu behalten, dann bin ich vielleicht gut geeignet für Detektivabenteuer. Wenn ich aber merke, mir fällt es super schwer, NSCs darzustellen oder NSCs irgendwie, also sympathisch oder emotional oder sowas beschreiben, sollte ich vielleicht nicht ein Szenario schreiben, was davon lebt, dass die Charaktere mit einem NSC mitfühlen. Und ich kann, wenn ich fantastische Szenen beschreiben kann, ist ein Reiseabenteuer vielleicht viel spannender, auch wenn es dann viel Zuhören ist, weil ich halt sehr schön beschreiben kann, wie die Situation ist, als wenn ich merke, dass es mir super schwer fällt, dann sollte ich Reisen einfach schnell abhandeln und mich lieber darauf fokussieren, was ich kann. Das muss man merken und es ist auch legitim zu sagen, ich möchte ein Abenteuer spielen, weil ich das gerne mal machen würde oder weil ich es lernen möchte, aber sich ein bisschen damit zu reflektieren, was liegt mir und was liegt mir nicht und nicht an den eigenen Wunschvorstellungen am Ende zu scheitern und daran frustriert zu sein, weil man das eben nicht so machen kann wie andere, weil man die eigenen Stärken woanders liegen und man an denen vielleicht vorbeispielt dadurch. Ja, das ist ein super Tipp, ja. Und also als Anfänger auch an meiner Anfangszeiten, ich finde es absolut okay zu sagen, ich mache mir jetzt aber zehn Seiten Notizen und mit der Zeit zu merken, ach, das und das und das brauche ich nicht, dass ich mir auch immer zu Anfang, das tue ich sogar noch bis heute, während des Spiels als Spielleiter sogar notiert habe, ist manche wichtigen Schlüsselstellen, die die Spieler vielleicht gemacht haben, damit ich sie entweder wiederverwerten oder wieder aufnehmen kann oder konsistent in meinem Spiel bleibe, weil mir manches sonst einfach ja durch die Lappen geht. Ich vergesse es dann einfach. Und es ist, finde ich, auch absolut in Ordnung. Es gibt in den Kaufabenteuern auch gute Vorlesetexte, diese Vorlesetexte vorzulesen. Ich muss sie nicht frei vortragen. Ich finde es, gerade wenn man Einsteiger ist, dass man auf diese Vorlesetexte zurückgreift, also sich zum Beispiel in Notizen sagt, oh, da ist jetzt eine Szene oder eine Gegend, die wird beschrieben. Und ich finde diesen Vorlesetext toll, den einfach auch an die Spieler weiterzugeben. Die Erfahrung hat mir nämlich gezeigt, dass Kaufabenteuer manchmal richtig toll sind. Man liest sie und wenn man sie als Spieler erlebt, sind sie ganz anders. Man hat vielleicht ein Abenteuer als Spieler erlebt, denkt sich, ja, okay. Und dann liest man es und es kommt was ganz anderes bei raus. Also ich, ja, beim Lesen muss man sich, glaube ich, einfach überlegen, wie man das, was man selber beim Lesen als Spielleiter erlebt, wie man das vielleicht an die Spieler ranbringen kann. Ich finde das gerade spannend, weil wir haben ja gerade von dir sehr ausführlich gehört, wie du ein Abenteuer vorbereitest. Und ich habe ja zusammengefasst, ich habe ja gesagt, es entwickelt sich ein Abenteuer in deinem Kopf und so. Und jetzt sagst du irgendwie, während ich das spiele, passiert da was ganz anderes und so. Das kann natürlich auch nur passieren, wenn du dir vorher diese Gedanken so doll gemacht hast. Ich finde, das ist fast halt so hundertprozentig, diese Beschreibung. Also es kommt halt immer darauf an, wie ja dann die Sache rangeht und dann erfährt man halt Sachen total anders. Wobei ich zum Beispiel das Thema Vorlesetexte auch ganz anders, also ich glaube wirklich, wenn man das erste Mal Spielleiter nimmt, die Vorlesetexte, es nimmt einen in dem Moment einfach Druck und Arbeit daraus. Aber mein Tipp wäre, lass das so schnell wie möglich hinter dir, weil gutes Vorlesen ist eine Kunst. Und auch dafür ist oft eine, also bis das gut wird, bis es wirklich stimmig und man wirklich reinkommt in einen Vorlesetext, braucht es viel Übung und Erfahrung. Man muss den Text eigentlich auch mehrfach schon mal vorgelesen haben, damit man den flüssig lesen kann. Weil ansonsten finde ich persönlich Vorlesetexte, wenn ich sie höre, immer irgendwie langsam. Weil man liest langsam mal vor, als man redet. Und mir ist es immer lieber eine, vielleicht etwas murzige, nicht so gut gelungene Beschreibung zu hören, als ein Vorlesetext, der hörbar vorgelesen ist. Aber es ist auch vielleicht persönliche Präferenz. Als Eltern kann man das aber richtig gut mit dem Vorlesen. Damit kommt man einfach Übung, oder? Aber das ist natürlich auch immer persönlicher Geschmack. Aber jetzt haben wir beide, was wir lesen. Coralie, wie bereitest du denn Kaufabenteuer vor? Ja, ich bin da ja auch ein bisschen eigen. Also ich kann jetzt anhand von Königin der Tränen, das habe ich selber noch nicht gespielt. Aber ich habe jetzt mal aufgeschlagen, das Erste, was ich immer mache, ist natürlich auch Klappentext und so. Blablabla, haben wir alles dann abgehakt. Das ist bei mir genau gleich. Und dann schaue ich, eigentlich ist es in den DSA 5 Abenteuern zumindest, und auch in den älteren DSA 4 Abenteuern, DSA 3 eigentlich auch fast immer, auf den allerersten Seiten, also ersten ein, zwei Seiten, eine Zusammenfassung von dem, was das Abenteuer will. Das sind immer die ersten Abschnitte. Irgendwie zum Beispiel bei Königin der Tränen ist jetzt, was bisher geschah. Also eine grobe Zusammenfassung von dem, wo sind wir jetzt gerade, wenn wir in dieses Abenteuer starten, was ist vorher passiert, was wichtig ist. Und was geschehen wird, steht jetzt hier. Also das ist jetzt nicht immer so überschrieben in den Abenteuern, aber es sind immer solche Texte davor meistens. Also so beginnen die Abenteuer eigentlich fast immer. Und das, was geschehen wird und das, was bisher geschah, ist für mich das Allerwichtigste am Abenteuer. Alles das, was danach kommt, ist für mich Killefitz. Also das ist höchstens noch Unterstützung zu dem, was passieren wird. Weil wenn ich diese Einleitungstexte gelesen habe, dann weiß ich, dann habe ich den Plot im Kopf und dann beginnt bei mir schon so der Prozess im Kopf. Also wenn ich jetzt mal bei König in der Tränen sage, irgendwie, okay, da ist halt jetzt diese weltumspannende, geile Sache, die da am Ende passiert. Da will ich hin und ich will, dass meine Helden das erleben. Und der Weg dahin ist auch irgendwie ein bisschen beschrieben. Wir erleben ein bisschen die Wüste und wir erleben halt die neue Bedrohung und so weiter. Und wenn das das ist, was ich cool finde an dem Abenteuer, dann ist es das, was ich vermitteln will. Das ist das, was ich die Spieler erleben lassen möchte oder Spielerinnen. Und alles Weitere, was in dem Abenteuer dann drinsteht, wie kommt man von A nach B und ist dann Nebensache. Ich habe das bei Splitterdämmerung zum Beispiel, kann man das ganz gut sehen, wenn ihr meine Splitterdämmerungsrunde gehört habt oder gesehen habt auf YouTube und ihr lest das Abenteuer dazu, das ist was völlig Verschiedenes. Die Grundidee ist aber die gleiche. Die Ostrabenmark soll befreit werden von den Nekromanten. Und die andere Szene ist, dass der Niraven da irgendwelche Komplotzhandlungen macht und dass da der Erzverräter, der Gorgeriten ist und so, der da sein Ding macht. Das sind die groben Sachen, die am Anfang des Abenteuers standen. Das ist halt jemand, der hat da. Und das Abenteuer fängt völlig anders an, als ich angefangen habe. Ich habe die Helden schon in der Ostrabenmark starten lassen als Widerstandsgruppe. Das steht überhaupt nicht im Abenteuer. Aber ich fand es geil, weil ich fand die Beschreibung der Ostrabenmark, diese unterdrückte Gesellschaft, die schon tausendmal hin und her Besatzer irgendwie erlebt hat und so. Und ich wollte dieses Szenario von, wir machen eine Widerstandstruppe auf und das passte für mich auch zu dem Plot. Und dann habe ich die einfach da starten lassen und dann erst mal erfahren lassen, was in diesem Land los ist und dann mit der Situation konfrontiert, da kommt jemand aus dem Westen und will uns befreien. Wir sind hier und helfen denen. Und das hat das Abenteuer getragen. Und gar nicht so die Schienen, die da gelegt wurden in dem Abenteuerstrang, wo man jetzt von A nach B kommt und so. Das war völlig unwichtig für mich. Also ich gehe den Core des Abenteuers, den Kern nehme ich mir raus und bastle da draus meine eigene Sache. Also eigentlich kann man sagen, du schreibst eigentlich ein eigenes Abenteuer und nutzt nur den Plot als quasi Inspiration, wie dein Abenteuer abläuft. Ja, ich schreibe es eigentlich gar nicht selber, sondern dieses Abenteuer entsteht halt aus dem, was die Helden und Heldinnen tun. Also ich weiß ja, was in dem Abenteuer drinsteht, weil lesen tue ich es trotzdem, weil da sind immer gute Sachen drin. Aber was halt wichtig ist für mich, ist die Ausgangssituation. Also ist die Ausgangssituation, die dann im Abenteuer beschrieben wird, passt die für mich oder passt die nicht? Und dann habe ich den Kern des Abenteuers, was passieren soll. Und dann mache ich mir schon mal Gedanken, wie kriege ich das hin, dass die Helden das cool erleben? Was könnten da coole Szenen sein? Ähnlich wie bei Julie. Aber sobald die Helden in der ersten Szene drin sind, ab da entscheiden die selbst, wo es lang geht. Und dann können sie auch nach Norden, Norden, Westen gehen. Aber das, was ich weiß, ist, dass das passieren soll, was in dem Abenteuer steht. Und dann ist es auch egal, ob es im Osten, im Westen oder im Norden passiert. Das ist mein Aventurien. Ich kann das so bauen, wie ich will. Und das ist halt, diese freiheitliche Umstrukturierung von Sachen ist halt manchmal ein bisschen schwierig für Leute, die die Aventurien wie SMFF können und dann meine Streams gucken und dann denken, was macht der denn da aus meinem schönen Aventurien. Aber es ist immer so, wir machen das so, wie es uns Spaß macht. Und das solltet ihr dann zu Hause auch machen. Also wenn ihr irgendwie an Szenen, die in dem Abenteuer drinsteht, wenn da irgendwie, keine Ahnung, da ist irgendwie ein Kamelrennen beschrieben oder so und ihr habt irgendwie, boah, Rennen? Voll blöd. Ja, jetzt muss ich das, diese Session irgendwie, jetzt haben wir sechs Stunden Kamelrennen vor uns. Lass es weg. Lass es weg. Und wenn da irgendwie was gewonnen wird, was für den Plot irgendwie relevant ist, keine Ahnung, die gewinnen da irgendwie ein magisches Artefakt oder so, lass es sie irgendwie anders zukommen irgendwie. Ich glaube, was tatsächlich wichtig ist, ist auch sich beim Lesen und bei Notizen zum Abenteuer schon quasi so ein, also versuchen das Abenteuer so ein ganz, also selbst wenn man es, wie ich und Julia auch, glaube ich, schon recht nah am Kaufabenteuer vorbereitet, das schon ein bisschen zu demontieren und sich vor allem zu überlegen, muss diese Szene genau so stattfinden? Insbesondere bei sehr offenen Szenarien, die eher Sandbox, die eigentlich so typische Detektivabenteuer, typische Stadtabenteuer, sich da vorher schon zu überlegen, okay, muss diese Info genau da sein? Welche von den Informationen sind möglicherweise flexibler? Welche Szenen sind flexibler? Welche Ereignisse sind flexibler? Und du rechnest damit, die SpielerInnen haben vollkommen andere Ideen und es ist immer gut, wenn man im Hintergrund hat irgendwas, was man sagt, okay, dann streiche ich diese Szene einfach weg, die das Abenteuer vorsieht und die Info aus der Szene oder das Ereignis aus der Szene, das findet jetzt da statt, weil die SpielerInnen mir was zugeworfen haben, was gut passt. Das Einzige ist, was einem klar sein muss, das birgt immer das Risiko, dass man möglicherweise später andere Aspekte im Abenteuer vollkommen umstellen muss, weil man manchmal den Überblick verliert, was sind Schlüsse im Abenteuer, die, wenn man es straight nach Buch leitet, sauber aufgehen und funktionieren. Aber wenn man davon abweicht, ist das Risiko, dass man eben irgendwas, was man nicht mehr wahrgenommen hat als Verbindung, nicht behält, weil zum Beispiel NSC nicht betroffen wurde, der an der Stelle stattfindet. Das erfordert dann möglicherweise im späteren Teil mehr Puzzlearbeit. Das kann aber auch zum Beispiel, wenn man mehrere Abenteuer in einer Gegenspiel passieren, wenn die Spieler eben einen NSC töten oder einen NSC nicht mögen, der eigentlich als wichtig erachtet wird, dann kann das genauso passieren. Das erfordert dann am Ende, wie es das klingt, immer ein bisschen Erfahrung, auch dann damit umzugehen, was man sich quasi vorher verbaut hat. Aber grundsätzlich ist immer ein guter Ansatz zu versuchen, Freiheiten für die SpielerInnen einzubauen, weil auch AutorInnen mit Testrunden und allem drum und dran werden nicht alle Optionen voraussehen können, die passieren können. Oder sie haben im Abenteuer möglicherweise auch gar keinen Platz mehr dafür. Weil wenn man gerade in so einem Stadtabenteuer anfangen würde, alle Optionen, die denkbar sind, aufzugreifen, dann schreibt man halt 30 Seiten an Optionen, von denen 28 Seiten in den meisten Gruppen gar nicht vorkommen. Aber in deiner Gruppe. Immer. Und ich finde es auch gut, wenn man diese Flexibilität hat, dass man besonders fantasiereiche Lösungen des Spielers belohnt und nicht einfach übergeht, sondern wirklich sie aufgreift und diese Fantasie des Spielers dann eben damit belohnt, dass man darauf eingeht und das eben so ausspielen kann. Überlegt euch, wie ihr den Plot, der im Abenteuer steht, zum Plot der HeldInnen machen könnt. Also wo sind die Sachen im Abenteuer, die die HeldInnen angehen? Also was catcht die an diesem Plot? Warum sind die überhaupt hier? Das ist zum Beispiel, woran meine Phileas von Runden am Ende total gekrankt hat, weil alle Helden oder HeldInnen irgendwann sagten so, ja eigentlich, also wir wollen das ja jetzt zu Ende spielen, aber eigentlich hat mein Held jetzt ja gar keinen Bock mehr. So und das ist toxisch, das ist es dann schlecht. Passiert auch. Also selbst jemand, der 30 Jahre spielt, kein Ding. Ich bin nicht Gott oder sonst irgendwie was. Ich mache tausende von Fehlern, während ich spieleite, aber das gehört dazu. Ja, ich glaube, Erfahrung sammeln ist auch ein ganz wichtiger Tipp. Leitet, weil nur wenn man leitet, lernt man, was man kann, was man nicht kann, wo man darauf achten muss, wo man nicht darauf achten muss. Das ist einfach Erfahrungswissen, was super wertvoll ist. Ihr werdet immer noch Fehler machen, aber ihr werdet immer besser werden mit der Zeit. Was aber zu dem Punkt mein Grundprinzip ist, wenn die SpielerInnen etwas tun, finden sie etwas, was ihnen nützt im Plot. Irgendeine Information kann ich überall unterbringen und wenn ich schon das Gefühl habe, dass ich da nicht sinnvoll unterbringen kann, dann macht diesen Weg ganz früh zu. Lass sie nicht die komplette Sackgasse ausmarschieren, sondern sie biegen ab und da ist die Mauer. Das klingt vielleicht gemein, weil die SpielerInnen sollen ja auch hier Autonomie und sie sollen ja machen, was sie wollen, was die Charaktere tun würden, aber man kann viele Mauern als Spielleitung errichten und es ist besser, den Spielern früh zu zeigen, hey, sorry, dieser Weg führt nirgendwo hin. Im Notfall kann man das einfach OT sagen, hey, die Idee ist total gut, ich weiß aber gerade nicht, was ich damit machen soll und sie führt nirgendwo hin, weil man damit Frustration vermeidet. Und es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man irgendwie eine ganze Session mit etwas verbringt und sich dann im Endeffekt herausstellt, hier ist nix. Ich bin komplett ins Leere marschiert, ich bin in der falschen Ecke abgebogen und habe einen kompletten Labyrinth-Teil aus Waldowart, in dem nichts ist. Also entweder Informationen irgendwo irgendwie darüber schieben, von irgendwo anders auch gerne nehmen oder einfach ganz früh das versuchen zu unterbrechen, damit sich das gar nicht so verrennen kann. Ich hatte mal ein Abenteuer, was ich am Tisch gespielt habe, da hat der Spielleiter uns, ich weiß nicht, was das sollte, aber da ging es irgendwie um Swiss zwischen zwei Tempeln, zwei Fext-Tempeln und die hatten Informationen, das wussten wir als Heldengruppe und dann hat er uns ständig von einem Tempel zum anderen geschickt und ich ständig war das, ja, aber wir müssen jetzt zuerst das machen. Wir fühlten uns nachher einfach nur verarscht von den Neuesten, immer hin und her, hin und her, hin und her. Passierschein A38. Oh Felix und die Römer. Ja, so ähnlich. Also vermeidet solche Sachen und irgendwie, ich meine, das hat auch, das hat für manche Arten zum Spielleiten, gerade wenn man anfängt, so ein bisschen, so ein Hero-Quest-Ding, du spielst den Bösen. Aber nein, das bist du als Spielleiter eigentlich gar nicht in DSA. Als Spielleiter bist du nicht der Böse und du sollst die Helden auch nicht scheitern lassen, der Heldin, sondern du sollst gucken, dass sie ihren heroischen Moment haben. Ihr spielt miteinander, nicht gegeneinander. Genau, ja. Du sorgst dafür, dass die Heldinnen Heldinnen sein können. Und das ist, glaube ich, so eine Einstellungssache. Ich glaube auch, zwei Dinge sollte man auch noch beachten. Wenn man sich natürlich viel Mühe und Vorbereitung gibt, kann es manchmal so ein bisschen frustrierend sein, wenn dann Szenen oder Sachen, die man so geil vorbereitet hat, übersprungen werden. Aber man sollte sie nicht erzwingen oder Leute in diese Situation zwingen. Dann ist es so, dann überspringt man das, dann nutzt man vielleicht das, die Szene oder etwas, was man vorbereitet hat, irgendwo anders, irgendwann anders. Man sollte es nicht erzwingen. Und man sollte, glaube ich, immer wieder nach einer Session oder vor einer Session als Spielleiter so ein bisschen in die Rolle des Spielers schlüpfen und gucken, was aus deren Sicht gerade bei denen angekommen ist, wo sie stehen, was sie machen. Denn in meinem Kopf als Spielleiter kann das Abenteuer ja mega geil ablaufen, weil ich einfach bestimmte Hintergrundinformationen habe. Es gibt ja so die ganz tollen Texte, wenn wir auf Kaufabenteuer zurückkommen, die nur Meisterwissen sind. Wenn dieses Meisterwissen mega tolles Wissen ist, was in meinem Kopf eine Immersion ablaufen lässt, aber dieses Wissen eigentlich nie beim Spieler angelangt oder angelangen soll, dann kann das für die Spieler auch ein sehr maues Abenteuer sein, obwohl ich als Spielleiter denke, oh, es ist so cool eigentlich, aber die springen nicht drauf an. Ein super Beispiel ist die Phileason-Saga wieder. Da gibt es ein Abenteuer, wo im Hintergrund ein richtig geiler Kniff im Abenteuer drin ist. Aber davon kriegt die Heldengruppe eigentlich, die kriegt das nicht mit, weil sie kann es nicht mitkriegen. Es ist im Abenteuer drin, es macht auch total Sinn, dass die davon nichts mitkriegen. Aber dieser Twist ist halt so essentiell für den Verlauf der Kampagne und der hat auch Konsequenzen auf die Spielergruppe, aber sie wissen halt nicht, warum jetzt diese Sachen gerade so passieren, wie sie passieren. Und du als Spielleitung weißt es und denkst dir so, ja, ja, geil, geil, aber du darfst es ihnen nicht sagen. Und das ist halt, das ist frustig, aber manche Abenteuer in DSA und ich glaube, das sind gar nicht mal so wenige, sind so geschrieben, gerade die Älteren. Und da musst du ein bisschen aufpassen. Ja, ich bin auch immer ein Freund von am Ende des Abenteuers einmal OTE, alle Rätsel aufklären, alles Meisterwissen verraten, weil ich finde, dass es ganz oft dem Abenteuer Qualität gibt. Aber mit, schon ein bisschen Blick auf die zweite, ich habe noch zwei Fragen, die ich gerne will sparen. Ich würde, deswegen wäre es super, wenn ihr versucht, kurz zu antworten. Nämlich die erste ist, was sind für euch so die ein, zwei Dinge, die man bei jeder Vorbereitung jedes Abenteuers machen sollte? Worauf sollte man immer achten, was unabhängig vom Abenteuer eigentlich ist? Habt ihr da irgendwas, was für euch so Sachen sind, die man vielleicht auch, wo man vielleicht nicht sofort dran denkt? Oder wo es vielleicht AnfängerInnen nicht auf dem Schirm haben, was euch durch die Erfahrung halt inzwischen vielleicht gut übergangen ist, dass ihr das immer mit vorbereitet? Ich kann auch gerne anfangen, wenn ihr eine Idee haben wollt, worum es mir geht. Dann fang mal an. Weil meine zwei Sachen sind, das Erste ist, habt immer eine Namensliste zur Region. Gerade bei DSA. Aventurische Namen ist mein, gefühlt mein Lieblingsregelwerk. Also wahrscheinlich das, womit ich am häufigsten mich auseinandersetzen muss. Weil ich, egal wo ich leite, ich habe immer eine Namensliste mit zehn männlichen Namen, zehn weiblichen Namen. In anderen Systemen auch gerne noch non-minäre Namen und so weiter. In DSA ist es ja noch nicht so tief drin. Aber auch da kann man natürlich den Namen dazwischen bringen. Im Ideal verpacke ich mir dann noch drei, vier, also drei Namen jedes Geschlechts für adlige Personen dazu, weil die meistens andere Namen haben müssten. Geweiht kann man meistens ganz gut improvisieren, weil man eigentlich dann einfach gucken muss, was ist eine typische Endung hier und dann packt man halt den Gottesnamen davor. Da kommt man meistens mit hin. Und man kann das gerne ergänzen, um jeweils so aus den umliegenden Regionen ein, zwei Namen aus jeder, damit man einfach, wenn NSC vorkommt, man den Namen hat. Weil eine Beschreibung kann man immer improvisieren. Da kommen wir aber gleich noch zu, das ist mir mein zweiter Tipp. Aber den Namen, sonst heißt nämlich jeder zweite Charakter Alrik oder gerade als unerfahrene Person verfällt man dann in realweltliche Namen und dann hat man halt Bernd und Thorsten, die einfach in Aventurien immer auffallen werden, dass das offensichtlich keine geplanten NSCs sind. Und mein zweiter Tipp, das habe ich nicht erfunden, das hört man immer wieder, ist die 2-1-Regel für NSCs, sowohl für welche, die ihr vorbereitet, als auch spontan. Ein NSC nützt immer zwei Eigenschaften, die dem Klischee entsprechen und eine Eigenschaft, die dem Klischee widerspricht oder es bricht oder einfach überrascht, die eben, wenn man sich das Klischee vorstellt, unerwartet ist. Dadurch wirken NSCs sofort viel interessanter und menschlicher und man verfällt nicht in den achten Wirt, der dick ist, hinter seiner Bar steht und mit dem Dreck in die Lappen seine Kelche schrubbt, der dann auch irgendwie austauschbar wird. Das wären so die beiden Sachen, die ich immer in jeder Vorbereitung beachten würde und gerade das Namenslisten-Ding ist absolutes, absolute No-Brainer. In jeder Vorbereitung mache ich eine Namensliste, egal was und wo ich leite. Es gibt für Namen, gibt es eine coole Homepage, die kann ich euch an den Shownotes auch verlinken, die ich ganz gerne nutze, ist rpgenerator.net, also rpgenerator.net, slash dsa. Das ganze Ding kann auch was für Shadowrun, also wenn ihr Shadowrun spielt, dann gibt es da auch ein Shadowrun-Ding und da gibt es halt für jede, also grob für jede Region eine Namensliste, die zufällig generiert wird und auch für Bücher und Speisen und Ausrüstung und Namen und für Dörfer und Orte und so. Also da kann man schnell mal auf den Klick einen Namen generieren, das ist sehr, sehr nützlich. Ja, also ich habe die Liste halt gern ausgedruckt oder das Dokument, weil dann kann ich mir dann in der Session schnell notieren, welcher NSC war das und vor allem komme ich nicht in die bedingungsfähigen Namen doppelt verwende, wenn ich eine Liste habe, die ich abarbeite, sondern habe halt den Namen, dann steht dahinter, keine Ahnung, das war der Schmied, mit dem sie gesprochen haben oder das war die Gardistin, die halt vielleicht dann wieder auftauchen kann. Ist halt hier auch mal ein bisschen, auch genau wie du es beschrieben hast, auf der Seite halt immer mit ein bisschen Erklärung dabei, wenn man halt random NPCs braucht oder random Orte. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier auf Tavernen klicke, dann sind hier irgendwie Baibari, ramponierte Ausstattung, ein Gutsherr genießt immer ein üppiges Fest mal hier. Also das sind so kleine Beschreibungen von der Taverne, wo man schon mal hingehen kann. Oder wenn ich jetzt hier einen Zwergennamen mal aufmache, irgendwie Xombar, Spirnbrät, 138 Jahre alt, cool, schwarze Augen, exzentrisch, ist ein Aufsehertyp. Also da hat man schon so die, ja. Das ist als Ideengebung auf jeden Fall sehr, sehr viel wert, weil man auch einfach spontane Personen Sachen dazu nehmen kann, die das Ganze auch ein bisschen lebendiger wirken lassen. Das ist nämlich das, was ich mir eben halt auch nicht nur bei Charakteren, sondern auch bei Orten, aber mit der Seite ist es natürlich super, die kannte ich bis jetzt tatsächlich noch nicht, dazu aufschreiben kann. Das sind so zwei, drei, vier Stichpunkte, die das lebendig erscheinen lassen. Das ist eben nicht immer nur der Alrik mit den blauen Augen, blonden Haaren ist. Was es auch gibt oder gab, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, aber gibt es bestimmt auch in allen Systemen oder irgendwo immer zu finden. Ich habe Karten. Das sind so kleine Kärtchen und da stehen, das sind aventurische Meisterpersonen, nennen sich diese Karten. Und da sind random einfach Meisterpersonen, Charaktere mit so ein bisschen Hintergrundgeschichte beschrieben, wirklich ganz klein, vielleicht ein, zwei wichtige Werte, je nachdem. die habe ich gerne mal einfach so durchgestöbert und mir so einfach fünf, sechs Karten rausgenommen, wo ich sagen würde, die passen jetzt zum Abenteuer, die passen zur Region, die könnten auftauchen, die müssen nicht auftauchen. Und da hatte ich, dass auch zwei Personen zu wirklich wichtigen NPCs wurden, die überhaupt nicht zum Abenteuer gehörten, aber die haben so ihren Charakter mit den Spielern zusammenentwickelt, dass sie sich eben ergab und ja, das sind so Hilfen, die ich ganz nett finde, wenn man sie einfach da hat oder sich bereitlegt und man kann sie immer wieder verwenden. Es ist ja nicht so, dass sie dann ja verbrannt wären. Da kann man auch einfach ein bisschen den Namen abändern, eine Eigenschaft abändern, wenn es immer mit den gleichen Spielern ein anderes Abenteuer spielt und schon hat man was ganz anderes parat. Das sind so wiederverwertbare Personen, Orte, Eigenschaften, Tavernen etc. Also ich würde noch als Spielleiter Tipp machen, was ich wirklich bei jeder Runde mache, aber das hat doch ein bisschen damit zu tun, weil ich jetzt immer online spiele. Ich versuche mir selbst eine Stimmung zu generieren für die Runde. Also wenn ich jetzt wieder bei König in der Tränen bleiben würde, wenn ich das jetzt spielen wollte, ich baue mir ein Bild, also das Overlay für den Stream, ich baue mir ein Bild mit der Wüste, ich gucke, dass die Spielercharaktere Bilder haben, die ich einfügen kann, wo ich ein bisschen im Gimp oder im Photoshop mit rumspielen kann, dass ich so einfach mich ein bisschen mit der Thematik Wüste ein bisschen beschäftigen, ein bisschen Musik dafür raussuchen und mich so ein bisschen auch mir irgendwie mir Gedanken machen, so wie leben die Leute da, was ist für die wichtig und einfach damit man so ein bisschen so ein Geschmäckle bekommt für die Szenerie, in der man spielt. Man kann auch gucken, ob man Filme schaut, die das Thema haben, irgendwie durchs Bilde, ne, so Karl May, irgendwie Entdeckungsfilme, wenn es zum Abenteuer passt oder so. Ja, also das, das wäre so eine Sache und ja, die Namensliste hätte ich eigentlich auch immer parat. Das ist, manchmal bin ich immer auch zu faul, die rauszusuchen, dann heißt das eben doch ein Alrik, aber der wird dann halt ein toller Alrik, weil er weiß selber, dass er Alrik heißt und dass ganz viele andere auch Alrik heißen und vielleicht ist er auch genervt davon, dass er genauso heißt wie ganz viele andere. Stichwort ein Sieg und das hätte ich gar nicht so extra erwähnt, aber du hast es gesagt, ich mache es halt einfach selbstverständlich, wenn ich mir ein Abenteuer aus einer bestimmten Region, gerade DSA oder Abenteuer in Bezug, lese, höre ich nebenher diese Musik dazu oder eben andere für mich passende stimmige Musik, also man hat ja manchmal auch so eigene Musiklieder oder eigene Songs, die man gerne mag, die man vielleicht mit bestimmten Abenteuern oder mit bestimmten Szenen oder mit Sachen verbindet, da höre ich tatsächlich Musik einfach im Hintergrund, ich nehme es gar nicht so sehr wahr, aber es versetzt mich in eine ganz bestimmte Stimmung, die ich dann entsprechend auch rüberbringen kann. Ja, also Musik im Rollenspiel, am Tisch oder so ist halt immer noch eine andere Sache. Nein, ich meine speziell bei der Vorbereitung dafür oder beim Lesen. Ich wollte jetzt nur noch mal auf, weil vielleicht klingt das so ein bisschen für Musik raussuchen für die Rollenspielrunde so, aber wenn ihr Musik habt irgendwie für am Tisch, da müsst ihr ganz vorsichtig sein, da könnt ihr ganz viel, also könnt super viel richtig machen und das richtig geil werden lassen, ihr könnt aber auch damit alles komplett, also die ganze Immersion zerstören mit das falsche Lied an der falschen Stelle, also das nichts macht mehr kaputt oder wenn die Leute das Lied kennen und damit ganz andere Verbindungen haben als ihr, ganz schlimm. Also wenn, dann versucht irgendwie Sachen zu nehmen, die nicht bekannt sind oder gerade irgendwie, die wirklich nur in eine Richtung gedeutet werden können oder so, ne, also. Man ist so im Spiel und das Lied läuft das zwanzigste Mal und ihr Mann ist einfach nur noch genervt von dem Hintergrund. Das Lied darf keine Highlights haben, man darf nicht merken, wenn es, wenn sich die Playlist wiederholt, weil wenn es Highlights hat oder sich die Playlist wiederholt, dann merkt man das irgendwann, die Highlights werden nie pünktlich kommen, beziehungsweise wenn, ist das sehr beeindruckend und wahrscheinlich eher ein Zufall und wenn man merkt, dass sich das wiederholt und dasselbe Lied zum fünften Mal doodelt, dann werden alle, also online können die Leute oft separat muten, das ist dann gut, aber am Tisch kann das dann auch irgendwann anstrengend werden und halt richtig umschalten, aber ich glaube, das ist auch eh eine ganz eigene Kunst. Da gäbe es Soundtale, nur so mal nebenher erwähnt. Genau, das ist eine sehr coole App dafür, aber auch die muss man währenddessen bedienen können. Ja. Die zweite Frage, die ich noch hatte, weil wir haben jetzt sehr viel über Kaufabenteuer gesprochen, ist, also es ist eine etwas offenere Frage, Kaufabenteuer gegenüber selbstgeschriebenen Abenteuern. Ich glaube, ihr macht beide auch beides. Bei dem, Coali, bin ich mir tatsächlich nicht sicher, ob du nur Kaufabenteuer spielst, ob du auch selbst Abenteuerplots entwickelst, aber im Endeffekt sind die Kaufabenteuer so halb diese eigene Abenteuer. Aber was, also wenn ihr beides macht, was sind für euch so die wesentlichen Unterschiede, die man vielleicht im Kopf haben sollte? Oder wir haben nur kurz, wir haben glaube ich nicht mehr so viel Zeit. Aber gibt es da irgendwas, Frau Hoffmann, was ihr vielleicht Leuten in die Hand geben könnt, in der Frage, oh, ich kaufe mir ein Abenteuer, was ich dann quasi aus dem Buch rausleite oder schreibe ich ein komplett eigenes? Also wenn man ein eigenes Szenario entwirft, müsst ihr euch erstmal klar werden, was ihr wollt. Also was soll das werden, was wir da spielen? Ist das eine Sandbox, also ein offenes Gelände, wo die Spieler jeden Stein umdrehen können und was entdecken können? Oder ist das halt eine Buchgeschichte, die ich die anderen erleben lasse? Das sind so die beiden Extreme so gegeneinander. Und wo befindet sich euer Szenario auf dem Weg zwischen den beiden Polen, die ich ja gerade irgendwie aufgetan habe? Und also das erstmal fest zu zornen, ist glaube ich eine wichtige Sache. Und vor allen Dingen, fangt klein an. Also macht nicht eine weltumspannende Kampagne sofort, sondern erzählt zuerst klein. und lasst es dann von mir aus sich entwickeln, dass es groß wird. Aber das ist ja auch so eine DSA-typische Sache, dass DSA sehr, sehr gut darin funktioniert, eine Heldenreise zu erzählen. Und die Heldenreise beginnt eigentlich klassisch mit einem Charakter, der klein ist und nichts, eigentlich nichts kann wirklich. Und dann erfährt er, dass er doch ganz viel kann. Und ja, das kann man aber auch nur, wenn man dann klein anfängt. Man muss aber auch nicht, wenn man anfängt, selbst wenn man nicht anfängt, gleich die große Fünf-Jahres-Kampagne sich im Kopf zurechtlegen. Es kann vielleicht sich im Nachhinein nach drei Jahren zu einer weltumspannenden großen Kampagne ergeben haben. Das ist toll. Aber selbst wenn nicht, wenn man kleine Abenteuer hat, die vielleicht einfach miteinander verbunden sind oder die irgendwie miteinander zu tun haben, wenn man keine Lust hat auf Reisen, man möchte aber von Nordaventurien nach Südaventurien irgendwie kommen, dann lässt man sich vielleicht erzählerisch etwas einfallen, wie die Charaktere dahin gekommen sind, was sie dazwischen erlebt haben und wie sie sich in den zwei Jahren entwickelt haben und spielt dann das Abenteuer vor Ort, statt sich zehn Sessions mit dieser Reise abzuquälen. Also ich glaube, gerade bei eigenen Geschichten, die man sich einfallen lässt, hätte ich für mich nicht den Anspruch, gleich den großen, riesen Plot zu entwerfen, sondern eine Idee haben, anfangen und gucken, wo ich mich hin auch als Spielleiter mit meinen Spielern mitentwickeln kann. Das kann vielleicht da irgendwo landen, wo ich mir vielleicht gerne vorgestellt hätte, es kann aber auch vielleicht sich Abzweigungen ergeben, wo ich mir denke, ja geil, in die Richtung hätte ich es gar nicht gedacht und da haben aber so zwei, drei Spieler irgendwelche Sachen reingeworfen und in die Richtung bewege ich mich jetzt als Spielleiter und entwickle dahin ein Abenteuer. Also ich auch ganz, also wenn ihr jetzt sagt, irgendwie, ich habe kein Geld, um mir ein Kaufabenteuer zu kaufen, ich muss improvisieren und dann kann man eigentlich ganz gut einen, also das ist ja kein richtiger Trick, aber und ihr habt selber so Probleme, Ideen zu entwickeln, so wo kriege ich denn jetzt einen coolen Plot her, so den meine Gruppe erleben kann. Lasst euch einfach die HeldInnen beschreiben von euren SpielerInnen. Redet mit denen einfach mal und Augen-zu-Augen-Gespräch erzähl mal, was ist cool an deinem Helden. Wo kommt der her? Einfach so mal ein Zwiegespräch führen, einfach mal die Geschichte so ein bisschen ausloten, wie die Helden drauf sind und dann schaut der, macht euch Notizen irgendwie oder lasst euch das geben von den SpielerInnen. Ich sage deswegen Gespräch, weil es für die meisten SpielerInnen angenehmer ist, ein Gespräch ihren Helden zu erklären, als das irgendwie aufzuschreiben und dann einzureichen. Das ist eine kleinere Hürde, glaube ich. Und für euch ist es auch einfacher, dann müsst ihr nichts lesen. Und schaut dann, wenn ihr euch die Spieler alle durchhabt, passt da irgendwas zusammen und dann oder ist da irgendwas Cooles drin, was man benutzen kann und zack, habt den Plot. Oder ihr lest ein Buch, ein Regionalspielhilfe, die ihr schon im Schrank stehen habt oder ihr lest das Grundregelwerk und da ist jetzt irgendwie ein Grundregelwerk sind ja die Archetypen drin. Da ist der beschrieben, der, keine Ahnung, der Magier aus XY. So, und dann lest du dir die Beschreibung des Magiers durch und dann sagst du, was könnte dieser Magier denn angestellt haben, dass da ja jetzt Helden mit dem interagieren. So, zack, Plot. So, fertig. Und, ähm, ja, mehr ist es gar nicht. Ich würde meine eigene Frage sagen, dass ich einen Hauch abstrakter gleich beantworten, ähm, wobei man hierbei tatsächlich Qualis-Variante Kaufabenteuer auch zu breiten eher als eigener Abenteuer verstehen muss nach dem Verständnis. Das Kaufabenteuer ist in meinen Augen leichter, aber wesentlich mehr Arbeit, denn man muss sich in die Idee einer anderen Person, in den Plot einer anderen Person einarbeiten, dafür nimmt die einem ab, so etwas wie Twists einzubauen, wie eine stimmige Geschichte, wie ein zusammenhängender Plot. Es gibt schlechte Kaufabenteuer, da gilt das nicht so sehr, aber ich gehe jetzt grundsätzlich von einem soliden Kaufabenteuer aus und dieses Abenteuer wurde schon mal Probe gespielt. Wenn man eigene Abenteuer schreibt, wird es passieren, dass man gedankliche Lücken hat, über die die Spieler entstolpern, die einem selbst nicht bewusst waren und wo man plötzlich möglicherweise ein Problem hat, den Plot vorzusetzen, weil man eine Schlucht nicht mit einer Brücke überspannt hat, die einem selbst nicht klar geworden ist, wenn man beide Seiten ja kennt. Ein Kaufabenteuer ist dahingehend viel einfacher, aber man braucht, muss mehr Arbeit investieren, damit es funktioniert, weil man muss sich viel intensiver einarbeiten. Das eigene Abenteuer, ein selbstgeschriebenes Abenteuer ist, glaube ich, wesentlich schwieriger, weil man muss einen stimmigen Plot haben und gleichzeitig versuchen, das so zu reflektieren, ob das auch für SpielerInnen aufgeht. dafür ist es aber wesentlich weniger Arbeit, weil man sich viel mehr Freiräume geben kann, weil man ja weiß, was wichtig ist und was nicht und das heißt, es ist viel einfacher, Improvisationsspielräume aufzutun. Man muss sich nichts merken, weil alles, was wichtig ist, sollte man eh in seinem Kopf behalten und wenn man es vergessen hat, ist es der eigene Plot, dann kann man es später umschreiben und niemand wird es jemals merken. Beim Kaufabenteuer ist das nämlich oft sehr schwierig, wenn man dann so viele Konsequenzen aus dem Vergessenen, gerade wenn man Dinge vergessen hat, ziehen muss, dass manchmal das Abenteuer gar nicht mehr am Ende lösbar ist. Deswegen, ich glaube, ein Kaufabenteuer ist mehr Arbeit, ein eigenes Abenteuer ist schwieriger und anspruchsvoller zu gestalten und beide haben definitiv ihre Berechnung und ihre Qualitäten. Deswegen würde ich aber auch für AnfängerInnen ein Kaufabenteuer empfehlen, weil am Anfang haben wir so viele Herausforderungen, dass man sich nicht noch antun muss, einen stimmigen Plot zu entwickeln, zu schreiben. Wenn ihr Inspiration habt, Bock drauf habt, macht das, das ist am Ende noch wichtiger. Aber wenn ihr struggelt, lieber ein Kaufabenteuer, um einfach mal das Spiel leiten, um sich auf die, ich meine, die Mechaniken, auf das handwerkliche Spiel leiten zu konzentrieren und das Storytelling quasi abzugeben und dann könnt ihr irgendwann ein eigenes Abenteuer schreiben. Wenn ihr Bock habt, inspiriert seid und wenn ihr da nie drauf Lust habt und immer Kaufabenteuer leitet, ist das auch genauso seriös genauso okay und genauso angemessen wie umgekehrt, wenn ihr sagt, ich möchte nur eigenes Selbstgeschriebenes leiten und nie Kaufabenteuer, weil das schreckt mich zu sehr ein, das blockiert mich. Macht das, was euch Spaß macht und wo ihr euch mit wohl fühlt und womit ihr auch gute Erfahrungen sammelt. Genau. Ja, dann haben wir das doch jetzt irgendwie auch noch untergebracht mit den, mit den Vergleichen zwischen den beiden Arten. Man könnte jetzt noch ganz, ganz viel sagen so zu den ganzen Genres, die es irgendwie im Abenteuer gibt, die man jetzt irgendwie besprechen könnte. Man geht anders an ein Reiseabenteuer dran als ein, ein Dungeon Crawl und so weiter, obwohl jetzt einige Leute wahrscheinlich auch sagen könnten, ein Reiseabenteuer ist auch nur ein Dungeon Crawl, nur irgendwie anders. Alles ist irgendwie ein Dungeon Crawl. Das ist der Klassiker, ne? Damit hat doch Ben Paper angefangen mit einem Dungeon Crawl. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Also man könnte noch irgendwie ganz viel erzählen. Ich hoffe, dass die Person, die uns jetzt hier inspiriert hat, über Abenteuervorbereitungen zu quatschen, ich weiß nicht, ob das, was wir dir jetzt hier bieten konnten, ob das, ob das, dass das war, was du von uns hören wolltest. Ich hoffe, du hast was mitgenommen da draußen und schreibt uns doch einfach mal in die Kommentare oder per E-Mail oder so, wie ihr das macht. Wie bereitet ihr denn vor? Spielt ihr lieber Kaufabenteuer? Spielt ihr lieber Selbstgemachtes? Wenn ja, wo kriegt ihr die Ideen her? Und was sind denn, hat das zwei Fragen? Was sind eure zwei Sachen, die ihr auf jeden Fall weitergeben wollt? Und vielleicht machen wir nochmal eine Folge dazu, wenn irgendwie coole Nachfragen oder sowas kommt. Also ihr könnt auch gerne immer mit talken. Bei dem Thema fällt mir ein, man könnte natürlich auch mal drüber reden, wie bereite ich mich auf meinen Charakter vor als Spieler? Ist sicherlich auch ein ganz unterschiedliches und spannendes Thema. Und ansonsten noch ganz kurz, da muss ich jetzt auch einmal Werbung machen, weil du gerade das Abenteuer kündigende Tränen hattest. falls ihr mal nachhören wollt, wie dieses Abenteuer mal ganz anders und doch sehr nah am Abenteuer, aber ganz anders aufbereitet gespielt werden kann, und zwar unabhängig von DSA 5, geht mal auf rollenhörspiel.de, da gibt es dieses Abenteuer Königin der Tränen mit Marot als Storyteller, als Rollenhörspiel zu hören, gerade aktuell. Gibt es auch in jedem Podcatcher einfach mal Königin der Tränen suchen, und dann findet ihr den Podcast dazu. Lohnt sich auch wirklich, denn Marot hat wirklich die Essenz aus diesem Abenteuer rausgezogen und hat alles Unnötige weggelassen. Das kann man, glaube ich, als jemand, der das gehört hat, so sagen. Und das Abenteuer ist, also die Schwächen, die das Abenteuer hat, sind im Rollenhörspiel egal, weil es selbst ja auch dieses relativ stringente Erzählen einer Geschichte im Vordergrund hat. Und das Abenteuer hat Schwächen darin, die Freiheit der Spielenden zu ermöglichen. Und das tritt da einfach nicht so zum Vorschein in einem Rollenhörspiel wie in einer normalen Spielrunde oder einer gestritten Spielrunde. Weil da wird man sehr oft an Wände stoßen. Ja. Aber auch damit genug Werbung oder so. Also bei Juli findet ihr natürlich auch mal sehr, sehr coole Rollenspiel-Sessions auf Twitch und dann irgendwann später auf YouTube. Da könnt ihr ganz viele DSA- und Vampire-Geschichten jetzt in letzter Zeit umgutachten. Ja, da könnt ihr mal nachgucken, wie Atta Vampire eigens geschriebene Kampagne mal vorbereitet. Beim Koali gibt's entsprechende Abenteuer natürlich dann auch ganz anders, so wie er es aufbereitet hat, zu hören. Meistens erkennt man am Ende das Abenteuer nicht wieder. Gut, bekündigende Tränen muss ich Werbung machen, weil es mich einfach nicht nur als Spieler oder als Mitspieler in dem Moment wirklich begeistert hat. Ich höre mir selten eigene Spiele nach. Aber das habe ich tatsächlich mal nachgehört, weil es einfach besonders zusammengeschnitten ist mit Soundeffekten und so weiter und so fort unterlegt. Und es hat mich einfach vom Hocker gerissen. Ich fand's einfach mega geil. Ich bin total begeistert. und daher muss ich einfach Werbung dafür machen. Diese Werbung kann ich nur unterstützen. Das ist eigentlich ein sehr, sehr schönes Projekt. Gut. Wie gesagt, meldet euch bei uns, wenn ihr noch was dazu zu dem Thema zu sagen habt. Wir interagieren immer ganz gerne mit euch. Und wir hören uns im nächsten Monat hoffentlich wieder, wenn alles gut geht und wir alle gesund bleiben zu einem völlig anderen Thema oder vielleicht auch zu einem Thema, was du uns vorschlägst. Bis dann. Ciao. Tschüss. 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 Vielen Dank.